Hallo liebe Fußballfreunde, Regionalliga West 2012-2013, erster Spieltag, RCFC Köln 2 gegen Wuppertaler SV, Ergebnis 1 zu 1. Startelf von RCFC Köln 2, Peser, Drakenkulu, Shura, Nikola Hu, Spina, Pesophik, Japo, Thelin, Schnellacht, Karanens, Muschulus, Startelf von Wuppertaler SV, Pro. Warum das Pro steht, weiß ich auch nicht, von Wuppertaler SV. Siemler, Harmonie, Haft, Wierig, Hansenbach, Redert, Mosa Matthias, Landreas, Markaguarischala, Knapper Mann. Das war's von RCFC Köln 2 gegen Wuppertaler SV. Uhrzeit 12.30 Uhr.